Es ist ein emotionaler Tag für die britische Königsfamilie, denn es heißt Abschied nehmen von ihrem geliebten Prinz Philip. Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater. Für die Familienmitglieder ein schwerer Verlust. Das wird an diesen bedrückenden Bildern des Trauermarsches ganz deutlich. Einer, der besonders mit dem Abschied zu kämpfen hat, Prinz Charles. Normalerweise kann der 72-Jährige seine Gefühle gut verbergen, wirkt stets gefasst. Doch heute wird er von seinen Emotionen übermannt. Der Verlust seines geliebten Vaters macht ihm schwer zu schaffen. Mit trauriger Miene und offensichtlich den Tränen nahe, lässt er seinen Gefühlen freien Lauf. Unter anderem begleitet von seinen Geschwistern und den Söhnen Prinz William und Prinz Harry, schreitet Charles hinter dem Sarg seines Vaters entlang. Dass dieser Tag nicht nur ein Tag der Trauer, sondern auch ein Tag des familiären Zusammenhalts ist, das zeigen diese Bilder allemal.